Jo Freunde und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem besonderen Video hier auf meinem Kanal Benny denn heute auf den Tag genau an dem ich dieses Video aufnehme ist mein YouTube Kanal 12 Jahre alt geworden Applaus Okay das war etwas cringe, who cares Ihr hört ich habe eine ganz andere Audioqualität von einem normalen Level wirklich auf God Mode und das kann sich auf jeden Fall hören lassen wie ich finde Wie findet ihr diese Audioqualität? Schreibt es mir gerne in die Kommentare Parallel habe ich nicht nur meine Audioqualität geupgradet, sondern auch meinen Computer Weil ich finde, ich habe zwar vor zwei Monaten ein PC Upgrade Video hochgeladen aber ich habe nun ein Upgrade und auch parallel ein Downgrade gemacht Was bedeutet das? fragst du dich sicherlich Nun, vor meinem Umbau hatte ich ein Intel B760 Mainboard Aber warum habe ich denn gewechselt? In den letzten Monaten habe ich einfach gemerkt, dass ich für meine Arbeit mehr Leistung benötige Da ich schon länger mit dem Z790 Aorus Elite AX DDR4 geliebäugelt habe fiel die Wahl letztendlich auf dieses Mainboard Großes Dankeschön geht auch an Gigabyte Aorus fürs Sponsoren dieses tollen Spezialvideos zu meinem 12. Jubiläum Genau und parallel dazu habe ich mich dazu entschieden, meine Grafikkarte zu downgraden Aber warum macht man das? Ja, man braucht keinen Lamborghini Motor in einem Mercedes, wie ich finde Der Mercedes hat bereits genug Power und natürlich möchte ich eine gewisse Anzahl an Power auch in meinem Computer haben Aber nun ja, die 4060 Ti, die hat mein Interesse geweckt Und seitdem ich sie nutze, bin ich sehr zufrieden, weil auch das Preis-Leistungs-Verhältnis meines Erachtens nach mehr als perfekt ist Checkt gerne mal den Link in meiner Bio und schaut euch die Aorus GeForce RTX 4060 Ti gerne einmal an Aber bevor wir gleich einmal kurzes Upgrade sehen Und ich mal kurz das Z790 Aorus Elite AX DDR4 mit Intel Chipsatz Z790 und Unterstützung der 13. Generation zeige Möchte ich euch den Titel erklären Was passiert, wenn ich einen GTA 5 Shader in LS22 einfüge Das finden wir nach meinem PC Upgrade heraus Lasst uns loslegen Das Z790 Aorus Elite AX DDR4 mit Intel Chipsatz Z790 unterstützt die 13. Generation der Intel Core Prozessoren Das bedeutet, dass eure Spiele und Programme so schnell wie nie zuvor laufen können Um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft, hat dieses Mainboard auch eine spezielle Stromversorgung Die dafür sorgt, dass euer PC immer die richtige Menge an Energie bekommt Es bietet Platz für 4 Arbeitsspeichermodule, die euren PC schneller und flüssiger laufen lassen Perfekt für das Multitasking während eurer Gaming Session Weil der eine hat Discord offen, wieder der andere hat parallel Spotify offen Dann rendert man vielleicht, während man was zockt Dann hat man vielleicht noch irgendeinen Hintergrundprozess am Laufen, der einiges an Arbeitsspeicher zieht Man hat vielleicht mehrere Tabs offen und dafür eignet sich das natürlich idealerweise Das Z790 Aorus Elite AX DDR4 verfügt über 4 super schnelle Steckplätze für SSDs Damit könnt ihr eure Lieblingsspiele in Sekundenschnelle laden Dann habt ihr beispielsweise eine SSD für euer Windows Die andere SSD für eure Spiele Wiederum die andere SSD für eure Daten und die vierte SSD als Backup Um sicherzustellen, dass eure SSDs immer kühl bleiben und bei voller Leistung laufen Hat Gigabyte spezielle Wärmeschutzfunktionen eingebaut, die siehst du auch einmal hier Ein cooles Feature ist die Möglichkeit eure SSDs schnell und ohne Schrauben zu installieren oder zu wechseln So könnt ihr ohne große Mühe eure Speicherkapazität erweitern Das Z790 Aorus Elite AX DDR4 bietet eine Menge Anschlüsse, um eure Geräte zu verbinden Inklusive super schneller USB-C Anschlüsse und einem HDMI-Ausgang für euren Monitor Um auch sicherzustellen, dass dein PC immer schön kühl bleibt, hat das Z790 eine smarte Lüftersteuerung Sie passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um deine PC Temperatur perfekt zu regeln Zusammengefasst ist das Z790 Aorus Elite AX DDR4 ein echt starkes Mainboard für alle Gamer, die ihren PC auf das nächste Level bringen wollen Weil dieses Mainboard ist ein Mittelklasse Mainboard, welches vom Preis-Leistungs-Verhältnis exzellent ist Das sieht doch richtig richtig gut aus Gut meine lieben Freunde, wir werden jetzt den Shader aktivieren Für alle die, die nicht wissen, womit ich das mache Die Mod nennt sich Reshade Die ist für diverse Spiele verfügbar Ich kann euch gerne mal ein Installationsvideo mit verlinken Dann könnt ihr auch den Reshade Mod installieren Und dann passend auch dazu ein GTA 5 Shader mal selbst ausprobieren Seid ihr bereit? Dann 3, 2, 1 Let's go Was ist das denn? Das sieht etwas übertrieben aus Sehr viel HDR, sehr viel Shapeness Äh, Shapeness Äh, Schärfe wollte ich sagen, nicht Shapeness Wir können das aber alles optimieren Weil wenn ihr das jetzt mal hier seht Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die ich hier ausgesucht habe In meinem Farming Simulator Ordner Ich habe hier ein paar Shader installiert Unter anderem CobraFX FUBUX Otis FX Das normale Reshade Preset Und letztendlich von GTA 5 Einen Shader, den über 300.000 Menschen bisher benutzt haben Weil der hat über 300.000 Downloads Und ich nutze den auch selbst bei GTA 5 So, wenn wir jetzt hier einen Doppelklick drauf machen Lädt er einmal Und wie ihr sehen könnt Hat sich das schon ein bisschen geändert Dadurch, dass wir jetzt hier ein Menü offen haben Haben wir viele, viele Möglichkeiten Gewisse Sachen einzustellen Ich finde, das ist ein bisschen viel HDR Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen runter skalieren Und ihr habt es schon gesehen Das hat gut funktioniert Es gibt hier wirklich unendlich viele Möglichkeiten Häkchen zu setzen oder Häkchen zu entfernen Wenn wir jetzt alles hier einschalten Ich glaube, das würde ganz, ganz komisch aussehen Weil hier sind teils auch Geschichten bei Flair Gut, da passiert jetzt gerade nichts Aber Flashlight Wir haben da zum Beispiel auch eine Taschenlampe mit integriert Aber bevor wir da jetzt gleich weiterspielen Haben wir hier meines Erachtens nach So eine typische GTA San Andreas Ja, Grafik Die ein bisschen aufbereitet wurde Das ist so meine Meinung GTA 5 mäßig Ist vielleicht die Straße Aber jetzt mit dem Himmel Sieht das zum Beispiel auch ein bisschen merkwürdig aus Und ich finde, da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun Wir werden jetzt einfach mal schauen Was es noch für Möglichkeiten gibt Hier hinzuzufügen Da hat sich ein bisschen was getan Wir können natürlich Film Grain hinzufügen Da seht ihr Dann sind hier mehr solche Läuse Partys Das wollen wir jetzt natürlich nicht Wir können es eher schärfen Wir können aber auch ein Cartoon Effekt hinzufügen In dreifacher Ausführung Was meiner Meinung nach doch etwas übertrieben ausschaut Aber hier mit dem Zaun sieht das ganz cool aus Mit den Gebäuden Man erkennt schon Es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Cartoon Stil Der hier mit integriert ist Wir können aber sehr gerne noch einen weiteren GTA 5 Shader ausprobieren Den packe ich mal kurz mit ins Spiel Und wie das geht, zeige ich dir mal eben Ich zeige dir jetzt, wie du ganz einfach diesen Shader beispielsweise installierst Ich habe mich jetzt hier für den Masterpiece Reshade entschieden Den laden wir uns jetzt einfach mal herunter Öffnen dieses Dann haben wir hier den Ordner Das ist ganz wichtig, dass ihr hier dann in eurer dementsprechenden Game Datei wiederfindet Also Farming Simulator 22 X64 Reshade Shaders Shaders Und dann erstellen wir einen neuen Ordner Den nennen wir in diesem Fall Masterpiece So Und da ziehen wir die Datei jetzt einmal rein Und gehen zurück ins Spiel Und nun Gucken wir hier einmal nach dem Ordner Und ihr seht Der Ordner ist hier Und jetzt Machen wir einen Doppelklick hier drauf Er lädt den Shader Und diesmal sieht der Shader dann so aus Das sieht auf jeden Fall schon mal ein Stückchen anders aus Wenn wir jetzt hier auch noch das Licht anmachen Ihr merkt Es ist auf jeden Fall schon anders Es ist deutlich anders Da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Möglichkeiten Die ihr hier ausprobieren könnt mit Shadern Aber ich wollte euch in diesem Video einfach mal zeigen Dass es möglich ist Einen Shader von GTA 5 im Landwirtschaftssimulator 22 zu nutzen Ein großes Dankeschön Geht auch nochmal raus an Gigabyte Aorus Fürs Sponsoren dieses Videos Checkt auf jeden Fall den Link in der Bio ab Dort findet ihr weitere Informationen Zu dem Z790 Aorus Elite AX mit DDR4 Powered bei dem Intel Chipsatz Z790 Mit Unterstützung der 13. Generation Der Intel Core Prozessoren Da werdet ihr eventuell dann demnächst Wenn ihr möchtet Noch mal ein weiteres Video zu bekommen Aber alles Schritt für Schritt Jetzt bedanke ich mich erstmal recht herzlich auch bei dir Dass du dir dieses Video angeschaut hast Schreib mir gerne drei Sachen in die Kommentare Erstens, wie findest du meine neue Audioqualität? Zweitens, wie findest du mein neues Setup? Und drittens, seit wann schaust du meinen YouTube-Kanal? Das würde mich interessieren Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen rum experimentieren Noch mal zum Vergleich Das ist die originale Grafik Das ist jetzt gerade hier der GTA Shader Mod Und wenn wir das jetzt hier noch mal wie gesagt anpassen Auf die Gameplay-ini Von diesem schönen Shader von Awesome Kills Dann schaut das Ganze so aus Wie gesagt, ich find's etwas zu krass Aber mit viel Einstellmöglichkeiten Kann man da wirklich ein richtig cooles Level erreichen Okay, das sieht sehr, sehr interessant aus Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß damit Und bedanke mich recht herzlich nochmal bei euch Für eure Zeit Und wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche Und vor allen Dingen auch schönes Wetter Genießt die nächsten Tage Es soll nämlich richtig schön werden Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Macht es gut Bis dahin Euer Benni Und PS Checkt den Link in der Bio